Augsburg im Sommer 2020. Der erste Lockdown ist vorbei, doch das Virus noch nicht besiegt. Wie werden Unternehmen in Bayerisch-Schwaben mit der Corona-Krise fertig, fragen sich Christina Heller-Beeschnitt und Axel Hechelmann von der Augsburger Allgemeinen. Was heißt es genau für die Menschen vor Ort in den Betrieben? Also wie geht es wirklich der Wirtschaft vor Ort und was bedeutet es für die Leute, die dort arbeiten? Die beiden nehmen Kontakt zu unterschiedlichen Unternehmen auf. Wir haben auf einen Mix geschaut der Firmen. Wir waren zum Beispiel bei einem Koch, bei Maschinenbauern, um möglichst eine große Bandbreite abzudecken. Ihre Reportagereise führt vom Allgäu bis ins Nördlinger Ries. Wir wollten die Krise runterbrechen auf unsere Region, also diese abstrakten Zahlen deutlich machen an unsere Region, an Unternehmen, die unsere Leser, Online-Nutzer kennen. Die Multimedia-Reportage erscheint online und in der Printausgabe. Text, Fotos und Grafik werden ergänzt um Videos und Instagram-Stories sowie einen eigenen Podcast. Wir wollen auch zeigen, welche Menschen stecken dahinter und haben deswegen Videos gewählt, um diese Menschen auch sichtbar zu machen. Vom Maschinenbauer über den Regionalflughafen bis zu Airbus-Helikopters. Corona trifft die meisten Unternehmen hart. Aber keiner ist daran verzweifelt, sondern die haben alle gesagt, wir gucken jetzt eben, was wir daraus machen, wie wir das Beste daraus machen, wie wir vielleicht neue Ideen entwickeln können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020